... und fand einen leeren Raum voller Spritzen. Sah aus, als hätte jemand herum experimentiert. Hey Kumpel! Bitte was? Oh! 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 Was zum... Oh! Oh! Pass mal kurz auf! Oh! Oh! Hm. Oh! Fuck! Fuck! ... Ich bin froh, dass ich noch Creme gegen die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. So ein Drecksaktor. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich muss also einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Warum erschrecke ich mich jedes Mal? Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Man, man, man. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Ich bin froh, dass ich mich für die Mücken habe. Das war ja vielleicht freaky. Telefon? Oh Mann. Die Kippe ist gerade jetzt angemacht worden. Also haben wir hier doch tatsächlich irgendwo noch einen Hinterwäldler rumliegen, rumschwirren. Ei, 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 ei. So, jetzt haben wir gesehen, jetzt haben wir ein paar Vorteilspunkte bekommen, die man wieder irgendwo investieren kann. Die maximale Gesundheit wird auf 150% erhöht, joa. Die Angriffe verursachen weniger Schadenraub, die raus sind, uh, just greif. Fahrzeugstopper. 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 Ich hatte eine Freakshow. Sooo, mit O. Das war das. So. So. Was für eine neue Mission soll es sein? Verdammt! 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 Ich habe es nicht geschafft. Hier haben wir angefangen und dann ging es hier runter. Ich würde am liebsten da noch hin. Auf gehts! So, jetzt haben wir, wir haben doch, wir können doch noch einen zweiten hier kommen lassen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin ein Machertyp. Mit dem Bogen. Ich bin ein Machertyp. Ich bin ein Machertyp. Ich bin ein Machertyp. Wer bist du denn? Ich bin ein Machertyp. Ich bin ein Machertyp. du. Ich bin ein Machertyp. Ähm, ich bin ein Machertyp. Ich bin ein Machertyp. Ich glaube, das ist ein Machertyp. das war wirklich verdammt gut ist ja gar nicht so verkehrt gewesen gerade wir sind ganz nah dran alles klar ich gehe woanders hin da ist eine bessere stelle die herde aus hab dich doch ich brauche ist wer Noch Hilfe! Der schlaue Zug von der Sekte. Scheiße! Feuer! Hilf mir mal! Ich kratz hier ab! Ach, verflucht! Er hat mich erwischt! Hilf mir mal! Ich kratz hier ab! Ja, ich rede nicht viel. Ich merke das gerade. Ich versteife mich gerade zu sehr ins Spiel. Ähm, bitte verzeiht. Ich weiß nicht, wie du hast. Schlauer Zug von der Sekte, sich den Truckstop zu holen. Da gibt es Sprit und Vorräte und die beste Sicht auf eine große Kreuz. Okay, er ist auf jeden Fall verreckt. Dann nehmen wir jetzt halt wieder unseren Superhelden. Wir müssen ihn für die Krugas zurückerobern. Okay. Wo soll der sein? Nee, da habe ich nicht draufgedrückt. Hä? So, gucken wir mal auf die Karte. Oh Gott, was ist denn da? Elmo Haus. Bei dem Haus ist nicht mehr viel übrig. Ich bin ja auch clever, Alter. Okay. Erkennt die Sünde nur allzu gut. Sie ist ein Gift aus uns. Den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könnt das mal von Sünde scheiden? Was, wenn ich euch sage, dass alles so von dem Grund wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes, jedes Kind überwinden könnt, in ihr Notfall, in ihr Lieben, in ihr Lieben, in ihr Lieben, in ihr Lieben, in ihr Lieben. Das ist wahrscheinlich nur so ein kleines Lager. Was wir mal eben gerade so durch Zufall gefunden haben. Ey, wir brauchen hier mal ein paar ordentliche Waffen mal wieder. Erstmal dorthin. Dann erstmal wieder ausrüsten. Also geht das erst.